Es steht da, Information. Also einmal ist ja wahrscheinlich interessant, wann das Werk geschrieben wurde. Das war 1955 beendet, steht am Schluss. Und es handelt sich um eine Suite, also ein mehrteiliges, ein mehrsätziges Werk mit kurzen Sätzen. Darüber steht, lyrische Bilder. Lyrische Bilder für Altsaxophon und Klavier. Es handelt sich um sechs Sätze. Und unsere Aufführung wird begleitet von Bildern, die hier projiziert werden. Ja, mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Uns hat es an Musik von Paul Hinde mit erinnert. Also das ist so die Zeit oder der Stil. Vielleicht sagt man auch klassische Moderne dazu in der Musik. Ja, so etwa. Gut, nun also erstmal viel Vergnügen für alle Beteiligten. Zu, dazu Bilder, die die Browse Galerie zusammengestellt haben. Aber die Browse Galerie geldi. Also das ist so die Zeit, also ganz wichtig. Ich bin wirklich gespannt. Wie viele Blöden. Also das ist so die Zeit, die Browse Galerie zusammengestellt haben. Und unsere Beteiligten. Das ist so die Zeit, die Browse Galerie zusammengestellt haben. Und unsere Blöden. Und unsere Blöden. Und unsere Blöden. Amen. 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 Amen.